Musik erscheint nun endlich auch auf der Vivi App. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Craft-to-Purchase-Drop an von Tokidoki, sowie auch nochmal die Details fürs Craften von Venom und Carnage, das und noch sehr viel mehr hier jetzt in diesem Video. Und starten würde ich in das gesamte Video ja einmal mit dem Thema von gestern, und zwar nämlich Musik comes to Vivi. Und ob das erst der Beginn von vielen, vielen weiteren Musik-Collectables ist oder nicht, kann ich an dieser Stelle tatsächlich nicht ausschließen. Denn, wie Sie hier schon schreiben, Music comes to Vivi, für mich ein Slogan dafür, dass es jedenfalls nicht der letzte Job gewesen sein wird hier auf der Vivi App. Und schauen wir uns das Ganze mal an, das Ganze wird von Ron English hier sein, und wir werden eine Jukebox sehen. Und das erstmal auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ob das jetzt zum Start von Musik passt oder nicht, möchte ich an dieser Stelle hier nicht bewerten. Ich sehe es aber tatsächlich nämlich anders. Ich finde, man hätte hier etwas deutlich Krasseres nehmen können. Aber nichtsdestotrotz, der Drop wird selbst am 9. März um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden, also am Samstag. Und das Ganze einmal hier mit dieser Jukebox. Dazu wird es natürlich auch noch eine passende Schallplatte geben. Und diese wird am 9. März um 18 Uhr deutscher Zeit droppen. Also ganz wichtig, hier nicht 17, sondern 18 Uhr deutscher Zeit. Und diese wird einmal hier diese Schallplatte sein, The Rabbids Living in Delusion Villa. Und ja, das wird auf jeden Fall dazu natürlich passend kommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob das wie gesagt der letzte Job sein wird. Ich kann es jedenfalls nicht ausschließen, weil ich persönlich sehe auf jeden Fall deutlich mehr Collectibles. Ob das jetzt wie gesagt ein guter Start war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hätte man hier auf jeden Fall was deutlich Krasseres nehmen können. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein schöner Start, dass wir endlich Musik auf der Vivi App sehen. Kommen wir zum nächsten Craft-to-Purchase-Job. Und dieser wird von Tokidoki sein. Und zwar nämlich mit den Dragon Girls. Und das wird tatsächlich ziemlich interessant. Wir haben bis jetzt noch keine Drop-Details. Von daher ist hier auch noch für das gesamte Craft-to-Purchase relativ viel Interpretationsspielraum. Es steht hier jedenfalls, dass hier das Ganze am Sonntag droppen wird um 17 Uhr deutscher Zeit. Und das Ganze wird für Current Dragon Girl Holders sozusagen verfügbar sein. Hier dann dieses Dragon Girl zu craften. Ich finde erstmal das Collectibles selbst sehr, sehr schön. Und ich besitze tatsächlich auch einen Dragon Girl. Von daher hoffe ich hier auf jeden Fall auch, dass hier das Ganze tatsächlich auch für einzelne Holder gilt. Und nicht nur für Set Holder. Weil ansonsten hätten sie wahrscheinlich hier für Current Dragon Girl Set Holders wahrscheinlich das Ganze hier geschrieben. Von daher, ich hoffe auf jeden Fall, dass das Ganze auch für Leute wie für mich verfügbar ist. Und natürlich auch für Leute wie euch, die nur einen Dragon Girl besitzen. Und nicht unbedingt jetzt die teuersten. Und ja, ich werde euch natürlich darüber informieren, sobald es dazu irgendwelche News gibt. Kommen wir zum Omi-Token. Und hier gibt es auch ein minimales Update. Jedenfalls zu Bitforex. Übersetzen wir das Ganze einmal. Und zwar schreiben sie hier nämlich zur Bitforex Exchange. Die Securities and Futures Commission, oder auch kurz gesagt SFC in Hongkong, hat heute Morgen eine öffentliche Warnung bezüglich der Bitforex-Börse wegen der Verdachts auf Betrug im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten herausgegeben. Das heißt, selbst die SFC von Hongkong, die beschuldigt ja tatsächlich auch schon Bitforex hier betrogen zu haben. Also auf jeden Fall auch schon eine Anschuldigung. Auf Ersuchen des SFC hat die Hongkonger Polizeischritte unternommen, um den Zugang zur Börse und allen mit der Plattform verbundenen sozialen Medien einzuschränken. Also hier auch erstmal ein sehr guter Schritt, dass hier auch dann im Prinzip die SFC direkt erstmal auf jeden Fall ordentliche Schritte geht, um das Ganze jetzt hier auf jeden Fall unter Verschluss erstmal auch zu bringen, dass hier keine weiteren Assets eventuell noch verschwinden könnten. Unser Team hat bereits begonnen, Kontakt zu den örtlichen Behörden aufzunehmen, um Informationen darüber zu sammeln, was dies für die Nutzer und ihre Vermögenswerte bedeutet und um bei Bedarf Hilfe anzubieten. Weitere Updates werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind. Und das ist erstmal, finde ich, auf jeden Fall ein gutes Statement hier auch. Es zeigt, dass sie Engagement zeigen, hier natürlich auch die Crypto-Assets bzw. den OMI-Token, die alle auf der Crypto-Exchange liegen, natürlich auch wiederzuholen. Ist natürlich auch in ihrem eigenen Interesse, keine Frage. Aber für mich persönlich sind das hier auf jeden Fall erstmal gute Schritte, die eingeleitet wurden. Und bis jetzt wurden ja noch keine OMI-Token in irgendwelche anderen Wallets gepackt, von irgendwelchen Leuten, die man jetzt nicht kennt. Von daher erstmal kann man, glaube ich, hier aufatmen. Das wird wahrscheinlich ein längeres Prozedere sein. Ich denke aber, dass jeder tatsächlich, der seine Token hier verloren hat, auch sehr wahrscheinlich wieder zurückbekommen wird, wenn jetzt hier auch schon die SFC ermittelt und das Ganze so gut es geht einschränkt. Kommen wir zum nächsten Comic-Drop und zwar Invincible Iron Man Hashtag 10 aus dem Jahre 2008. Und das Ganze wird hier am 7. März um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Und das Ganze wird einmal mit diesen Covern hier kommen. Ist ein relativ neues Comic. Und wenn man sich auch die Go-Collect-Daten anschaut, dann sieht man relativ schnell, wir sprechen hier auf jeden Fall nicht von irgendeinem Grail-Comic. Wir reden hier gerade mal bei einer 9.8 von 30 Dollar. Also definitiv für mich persönlich aufgrund der Cover sowie auch von dem Preis kein Drop, den ich mitnehme. Kommen wir nochmal zu den Marvel Mighties, die jetzt kommen werden, womit man dann unter anderem auch Symbionten Mighties craften kann und so unter anderem auch den Carnage wie auch Venom craften kann. Und es sieht so aus, als hätten wir auf jeden Fall hier die Lösung jetzt auch, mit welchen Collectables man hier den Carnage und auch den Venom craften kann. Denn insgesamt haben wir vier Mighty-Series und jeweils aus diesen vier Mighty-Series muss man zwei Mighty-Series haben, um die dann wiederum Venomized zu machen und dann im Prinzip damit den Carnage oder auch den Venom zu craften. Und es sieht so aus, als wenn jetzt hier im Prinzip die X-Men-Reihe im Prinzip für den Carnage verfügbar ist. Ich persönlich würde es jedenfalls momentan so machen, dass wenn ich jetzt den Carnage haben möchte, würde ich mir auf jeden Fall hier die relevanten X-Men-Charaktere, die man dann auch Venomizen kann, jetzt schon holen. Denn es wird sehr wahrscheinlich dann im Prinzip im Nachhinein doch relativ schnell pumpen, wenn das Ganze dann hier mit der vierten Series im Prinzip rausgebracht wird. Von daher, ich würde es auf jeden Fall so machen. Das ist hier übrigens der erste Concept-Art-Sneak-Peak, den wir zum Carnage bekommen haben. Ich finde persönlich, der sieht erstmal schon sehr, sehr cool aus. Und jetzt kommen wir nochmal zum anderen, und zwar nämlich zum Venom. Und der sieht, finde ich, auch schon ziemlich cool aus. Wir haben jetzt hier auch das erste Concept-Art bekommen. Ich bin da auf jeden Fall extrem gehypt, was den angeht. Schreibt mir auch gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr den Venom findet. Ich finde ihn auf jeden Fall richtig stark. Und hier haben wir im Prinzip dann die Marvel-Mighties. Und zwar nämlich aus der Avengers-Series. Und hier braucht ihr dann, wie gesagt, auch vier Mighties aus diesen zwei Avengers-Series, um die dann zu Venom-Mighties zu machen und damit dann auch hier den Venom zu craften. Eine genaue Anleitung, wie ihr das Ganze nochmal macht, werde ich auf jeden Fall, bevor das Ganze mit dem Craften dann auch losgeht, rausbringen. Das heißt, keine Panik. Aber ich persönlich würde es auf jeden Fall momentan so machen, dass wenn ich hier einen dieser Charaktere wirklich haben möchte, also Venom oder auch Carnage, dass ich mir jetzt im Prinzip diese Collectibles, beziehungsweise die Mighties aus dem Bereich von Avengers und auch X-Men jetzt holen würde. Denn wie gesagt, ich vermute jedenfalls, dass wir hier dann einen ordentlichen Pump sehen werden, wenn das Ganze wirklich zum Craften kommen sollte. Und das waren jetzt auch schon wieder die wichtigsten News zum Dienstag. Wenn dir das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmittag und Abend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.